Was ist denn mit Nintendo los? Einfach so über Nacht droppen die ein neues Software-Update, denn das Update 14.0 hat die Switch, die Switch Alight und alle anderen Switch-Modelle natürlich auch erreicht und wir kriegen eine sehr coole Funktion, die wir ja schon lange uns ja auch darüber diskutiert hatten. Allerdings so ein bisschen Problemen, wie ich finde oder ja Nachteile, sagen wir es einfach mal so und ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Video rein, auch wenn es noch ultra früh am Morgen ist und ja, ich heiße euch herzlich willkommen, wenn ihr neu seid, lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr und genau, ja wir hatten ja erst vor, weiß ich gar nicht, wann war das, Update 13.0, da hat ja Nintendo den Bluetooth, genau so, den Bluetooth Support gebracht, Was meiner Meinung nach bis dahin das beste und wichtigste Update tatsächlich für die Switch war, denn man konnte jetzt einfach seine Kopfhörer, seine drahtlosen Kopfhörer verwenden, vorher war das dann doch ein bisschen immer umständlich, wie wir alle wissen mit Kabel und so. Also Bluetooth Support haben wir in der Version 13.0 bekommen und jetzt in einem neuen Update, was heute Nacht veröffentlicht wurde, ist wie gesagt in der 14.0 ist auch Bluetooth Support verbessert worden, denn man konnte damals teilweise an der Switch, wenn man dann auf Plus oder Minus gedrückt hat, hat er nicht die wirkliche Lautstärke vom Headset angezeigt. Das macht der Gute jetzt allerdings, das Update jetzt hier, das erreicht das, dass die integrierte Lautstockknöpfe eben anpassbar sind, aber das Bluetooth Headset braucht dafür das sogenannte AVRCP Profil, glaube ich, Audio Video Remote Control Profile. So, genau, also das ist eben halt die, wie eine Fernbedienung funktioniert und man das dadurch eben halt steuern kann. Das wurde auf jeden Fall verbessert und darüber hinaus kann man noch, wurden die maximale Lautstärke von einigen Bluetooth Geräten erhöht, sodass man dann irgendwie besser hört, wobei ich damit nicht so die riesen Probleme hatte. Aber das war natürlich nur ein Teil des Updates und das richtig große Update sind die Ordner. Wir haben Ordner endlich auf der Switch bekommen, was wirklich eine sehr coole Funktion ist, da hatten wir auch schon häufiger mal auf Twitch drüber gesprochen und wer mir auf Twitch noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und da hatten wir schon häufiger gesagt, wie cool es wäre, wenn wir unser Startbildschirm mit Ordnern und sonstiges anlegen wollen. So mit Startbildschirm und Ordner anlegen ist es jetzt nicht, aber grundsätzlich möchte ich euch erstmal kurz zeigen und erklären, was wir überhaupt machen können. Also grundsätzlich können wir Ordner anlegen. Dazu gehen wir dann einfach auf der Switch hinten bei alle Software, wo unsere ganze Software aufgeführt ist. Und dann können wir einfach mit der L-Taste oben eine Gruppe erstellen und in diese Gruppe können wir dann zum Beispiel unsere favorisierten Spiele reinpacken oder alle Jump'n'Runs, alle Pokémon-Games. Wir können das eben halt nach Ordnern strukturieren, also was natürlich, wo für Ordner da sind. Dabei haben wir auch noch eine Möglichkeit von Sortieren. Wir können das auch noch sortieren. Ihr merkt schon, es ist viel zu früh. Erstmal einen Schluck Kaffee. Also wir können das Ganze dann noch sortieren. Zum Beispiel nach zuletzt gespielt, Spielzeit längste, Spielzeit kürzeste. Also wir können noch so einen Trash-Ordner machen oder sonstiges. Dann noch nach Titel, also einfach von A bis Z und nach Publisher. Und was ganz cool ist, wenn ihr das zum Beispiel nach Publisher sortieren wollen würdet, weiß ich nicht. Jetzt fragt ihr euch, wieher weiß ich denn dann, welcher Publisher das ist. Daran hat Nintendo auch gedacht. Und zwar, wenn ihr es nach Publisher sortiert und über die Icons drüber scrollt, dann seht ihr vorne immer den Publisher und dahinter dann den Spielenamen. Was ganz cool ist, so könnte man das eben halt auch sortieren. Dann hat man auch die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel, dass man nur die heruntergeladene Software oder Titel dann eben dort anzeigt, um zum Beispiel nur für Download-Spiele oder was auch immer. Ihr könnt die Mario-Games in eigenen Ordnern machen, wieher die Pokémon-Games oder ihr macht das nach Genre, nach Jump'n'Run, nach JRPG oder was auch immer. Wie ihr das unbedingt sortieren wollt und hat dann einfach alles schön strukturiert in Ordnung. Und immer wenn ihr dann eben über alle Software geht, habt ihr halt einzelne Ordner aufgeführt. Was auch ganz cool ist noch, ihr könnt die Ordner dann auch noch einzeln noch sortieren. Das heißt, wenn ihr sagen wollt, okay, meine Top-Games will ich als ersten Ordner haben, dann könnt ihr das Ganze auch noch machen. Ein bisschen schade finde ich tatsächlich, dass die Ordner sich eben halt nur hinten auf diese ganze, alle Software beziehen. Also, dass wir Ordner nicht im Homescreen haben können. Das gibt es derzeit noch nicht. Das kriegen wir dann vielleicht mit dem Software-Update 15.0. Bisschen schade, wie gesagt, dass es nur hinten ist. Ich habe auch so ein bisschen Probleme, ich habe wahnsinnig viele Spiele und ich glaube, wenn ich mir das Ordner mache, dann werde ich erstmal eine lange Zeit benötigen. Aber ich finde es auch, man kann das super einfach auch wieder hinzufügen. Man kann auch den Ordner einfach auswählen, dann macht man auf irgendwie Bearbeiten und fügt eine neue Software hinzu und so. Das ist super simpel. Also wirklich die Benutzerfreundlichkeit zum Erstellen oder auch zum Bearbeiten der Ordner ist wirklich großartig. Aber ich finde halt eben, dass wir das irgendwie auch auf den Homescreen benötigen, um da Ordner noch zu schaffen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir das jetzt schon strukturieren nach Game, Titel und sonstiges, warum sollten wir das nicht auf dem Startscreen auch machen? Da tauchen immer unsere letzten Spiele auf, die gespielt haben. Ist ja auch cool und okay. Aber vielleicht wäre es auch ganz schön, wenn man sagt, man hat die ersten drei Spiele, die letzten drei, also die ersten drei Icons sind von den letzten drei Spielen, die ich gespielt habe und danach die Ordner. Oder dass ich das halt selber platzieren kann, wie ich möchte. Es wäre ja bestimmt auch möglich, dass man zwei Reihen übereinander nimmt. Ich denke aber Nintendo, was man jetzt mal sagen muss, tatsächlich ist Nintendo ist auf einem sehr guten Weg. Die machen in letzter Zeit Online-Updates, die sinnvoll sind. Die bringen jetzt hier solche Updates, die sinnvoll sind. Und das kennen wir von Nintendo nicht in der Häufigkeit, wie das derzeit auftritt. Natürlich ist da noch Luft nach oben, aber das ist überall. Das ist bei Sony so, das ist bei Microsoft so. Da ist immer Luft nach oben. Aber wenn man alles sieht, ist es eigentlich eine Sache, was wir auch immer gefordert haben mit Ordnern, Strukturen. Gut, jetzt haben wir das zwar nicht auf dem Startscreen, aber wir haben es überhaupt einmal. Vielleicht ist das nächste Update, was ja dann kommen könnte, vielleicht auch was mit Themes. Warum auch nicht? Warum können wir nicht unseren eigenen Theme anpassen? Es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, was Nintendo definitiv machen kann, um diesen Service zu verbessern. Und wie wir sehen, macht Nintendo das auch. Also die haben schon Bock da drauf oder weiß nicht, ob die Bock drauf haben. Auf jeden Fall machen sie es. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so gerne hättet. Was wollt ihr wirklich, wenn ihr jetzt was wünschen könntet, dem Software-Update, was ihr gerne haben würdet. Also mir würde jetzt spontan, ohne dass ich darüber nachdenke, tatsächlich so die Themes, also einfach die Individualisierung meiner eigenen Switch, meines Homescreens würde ich mir gerne selber darstellen können. Und nicht nur den Hintergrund vielleicht sogar anzupassen, sondern einfach die ganze vordere Menügestaltung. Also ob ich Ordner hinpacke, VC hinpacke, dass man da einfach eine größere Auswahlmöglichkeit hat der Individualisierung. Denn da finde ich schon, ist die Switch noch ein bisschen hinterher oder was soll ich sagen. Aber auf jeden Fall könnte man da auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr heraus machen. Ansonsten, wie gesagt, läuft das alles in die richtigen Bahnen. Ich bin super zufrieden damit. Ihr könnt ja auch mal gerne eure Meinung zu dem ganzen Krempel in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, ich lege mich noch ein Rundchen hin und dann sehen wir uns morgen Abend 20 Uhr auf Twitch im Stream.